Ich bin gegen einen Mindestlohn, weil ich glaube, dass das ganz vielen Menschen die Chance nehmen würde, am Arbeitsmarkt überhaupt erst einmal Fuß fassen zu können. Nämlich Langzeitarbeitslosen oder Leuten mit sehr geringer oder gar keiner Ausbildung. Diese Leute hätten überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, sich anzubieten am Arbeitsmarkt und hätten keine Chancen mehr auf einen Arbeitsplatz.